Unser Cat-It-Senses 2.0 Wellness Center, die ultimative Verwöhnstation für Ihre Katze. Das große Polster auf dem ergonomischen Sockel bietet ausreichend Platz zum gemütlichen Hinlegen. Mithilfe der verschiedenen Bürsten, Oberflächenstrukturen und Massagekämme kann sich die Katze selbst pflegen und verwöhnen. Die Komponenten sind von allen Seiten leicht zugänglich, um den Vorlieben eines jeden Tieres zu entsprechen. Der vielseitige Massageknauf eignet sich hervorragend für das Schubbern von Kopf und Hals. Der Zahnfleischmassagestab lädt zum Knabbern ein und unterstützt die Mundhygiene. Die flexiblen Bürsten und die wellenförmigen Massagekämme ermöglichen es der Katze, sich auch an schwer erreichbaren Stellen zu schubbern, zu massieren und zu pflegen. Das Cat-It-Senses 2.0 Wellness Center eignet sich für Katzen jeden Alters. Insbesondere, wenn Sie Katzenminze mögen. Und das alles in einem erfrischenden grünen Design, das sich perfekt in jedes Zuhause einfügt. Das Cat-It-Senses 2.0 Wellness Center. Die ultimative Verwöhnstation mit Katzenminze. Cat-It. Clevere Produkte für Ihre Katze. 1.ventimative Verwöhnstation Feющping Vielen Dank.